Welche Schwester sind Sie? Die Langweilige oder die Unart? Was glauben Sie? Dachte ich es mal. Wenn Sie mich ein bisschen besser kennenlernen, werden Sie sehen, ich bin kein schlechter Mensch. Sie haben die wahre Liebe noch nicht erlebt, oder? Ich liebe Ihren Bruder. Du hast gesehen, dass wir zusammen passen. Deshalb hast du es mir weggenommen. Sie hat den Leuten gesagt, dass sie ein Kind erwartet. Sie hat den Leuten gesagt, dass sie ein Kind erwartet. Vielen Dank.